das home tom hd 17 war das erste kinder smartphone mit dem neuen mt6737 prozessor von mediatek welcher 64 bit technologie in den low budget sektor bringt gleichzeitig ist das handset aber auch das erste opfer dieses chips was genau das bedeutet erfahrt ihr im laufe dieser review viel spaß beim ansehen den ersten eindruck bildet wie so oft die verpackung und diese sorgt im falle des home tomate 17 für einen positiven eindruck denn die verpackung wird professionell gestaltet und der lieferumfang fällt für ein low budget smartphone üppig aus wohlbemerkt kostet das handset nur 60 euro das design erinnert etwas an die typischen china smartphones der guten alten zeiten sprich aus den jahren 2012 bis 2013 wir finden hier stark ausgeprägte abgerundete ecken und eine leicht geschwungene ober- und unterseite das gehäuse besteht komplett aus kunststoff ist aber dennoch ziemlich stabil und verwindungssteif optisch wird das handset durch eine leichte musterung des rahmens aufgewertet lobenswert ist dass die hardware tasten nicht wackeln und klappern das backcover kann man ganz einfach entfernen was zugriff auf den wechselbaren akku gewährt außerdem findet man unter dem cover zwei sim slots und einen micro sd slot alle slots können gleichzeitig genutzt werden was speziell aufgrund des kleinen 8 gigabyte speichers wichtig ist highlight auf der front ist eine rgb die status led für gewöhnlich findet man dieses merkmal im low budget bereich nicht und wenn dann meistens nur ein einfarbiger ausführung ein negativpunkt ist die dicke des home tom hd 17 der hersteller gibt diese mit 8,5 mm an was jedoch eine lüge ist die reale dicke inklusive kameramodul beträgt satte 10,5 mm das 5,5 zoll display arbeitet mit einer auflösung von 1280 x 720 pixels da es sich um ein recht günstiges panel handelt sind einzelne pixel hier recht gut zu erkennen auch bei normalen betrachtungsabstand erkennt man einen leichten treppchen effekt bei text da es sich nicht um ein ugs panel handelt und der spalt zwischen touchpanel und lcd panel recht groß ist leidet das display im freien leider an recht starken reflexionen zusammen mit der geringen maximalen helligkeit ist die lesbarkeit im freien nicht wirklich gut die farbwiedergabe wirkt recht blass das touchpanel erkennt bis zu fünf berührungen gleichzeitig und arbeitet recht genau und schnell flottes schreiben ist kein problem leider ist aber die oberfläche nicht sehr gleitfähig und es handelt sich auch nicht um kratzfestes glas kommen wir nun zum problem kind der hardware ausstattung und performance im home tom hd 17 steckte mt6737 budget prozessor dieser verfügt über vier cortex a 53 64 bit rechenkerne mit 1,3 gigahertz hier allerdings nur auf 1 gigahertz getaktet und eine mali t27 gpu ist ebenfalls noch an bord zur seite stehen im chip noch 8 gigabyte speicher und 1 gigabyte ram rein auf dem papier sollte das home tom hd 17 also deutlich leistungsfähiger sein als bisherige low cost smartphones mit dem mt6580 32 bit prozessor in der realität sieht das allerdings komplett anders aus das smartphone schleicht dahin und es im alltag quasi nicht zu gebrauchen das system ruckelt multitasking ist nicht möglich dass ich alle apps im hintergrund sofort wieder schließen und die miese performance liegt schlicht und einfach am arbeitsspeicher welcher sofort nach dem start randvoll ist wir haben dieses verhalten schon bei anderen smartphones mit dem mt6737 auch beobachten können weshalb wir hier von einer schlechten software basis seitens mediatek ausgehen immerhin besteht hier also die möglichkeit dass sich die performance mit künftigen updates noch bessert und der mt6737 dann seine vorteile gegenüber dem mt6580 ausspielen kann bis dahin können wir alle hersteller dazu drängen mindestens zwei gigabyte ram zu verbauen bei der sensorausstattung darf man auch keine wunder erwarten sonst wird man enttäuscht wie man von low cost geräten gewohnt ist stecken im home tomate 17 nur ein licht annäherungs und beschleunigung sensor ein highlight in der preisklasse von 60 euro ist der fingerprint scanner auf der rückseite dieser arbeitet für solch ein günstiges smartphone außerordentlich gut ist zwar nicht der schnellste entsperrt aber noch knapp unter einer sekunde und das vor allem zuverlässig auch wenn man feuchte oder fettige finger hat als betriebssystem finden wir auf dem home tom hd 17 android 6.0 mit security patch vom mai womit wir uns hier auf einem recht aktuellen stand bewegen das system wurde mit einem eigenen launcher und neuen icons versehen und es gibt viele extra funktionen wie im mediatek hot nord mirror cast off und on screen gesten sowie einen turbo download modus bei dem lte und wlan verbindungen gebündelt werden in anbetracht dessen ist es umso trauriger dass die performance so schlecht ist ota updates gibt es übrigens auch und bisher kamen sogar schon zwei updates bei uns an auf seite der konnektivität finden wir neben 2g 3g wlan bluetooth auch unterstützung für lte was ebenfalls eine neuheit in dieser preisklasse ist der mt6737 unterstützt lte nativ und auch das band 20 ist hier mit an bord im test bewegt sich die signalstärke auf einem guten niveau vergleichbar mit dem oneplus free dies zeugt von einer guten antenne enttäuschend ist leider das gps welches aktuell kaum zu gebrauchen ist oft ist es nicht möglich den standort zu bestimmen hier ist dann ein neustart nötig und auch es dann oft funktioniert leider ist der fix dann aber viel zu instabil und kann schon von bäumen unterbrochen werden auch dies scheint ein generelles problem des mt6737 zu sein da ein anderes parallel getestetes gerät mit dem selben chipsets ebenfalls gps probleme hat in sachen audioqualität bietet das home tomate 17 einen ganz guten klang über kopfhörer der jedoch etwas basslastig abgemischt ist der medienlautsprecher dagegen ist nicht wirklich gut er klingt flach und ist viel zu leise die sprachqualität beim telefonieren ist für die preisklasse gut sehr positiv überrascht waren wir als wir die 8 megapixel kamera getestet haben bisher hatten loko smartphones nie eine brauchbare kamera zu bieten als wir jedoch ein paar testbilder auf dem großen bildschirm angesehen haben waren wir sehr positiv überrascht bei tageslicht ist die kamera durchaus brauchbar und erzeugt überraschend scharfe und detailreiche aufnahmen mit einer einigermaßen guten aber etwas blassen farbwiedergabe nur bei schlechtem nicht versagt die kamera natürlich recht schnell videoaufnahmen werden leider nur mit 420p auflösung aufgenommen und haben keine besonders gute audioqualität die frontkamera ist nicht für selfies zu gebrauchen ebenfalls sehr gut ist die akkulaufzeit mit über acht stunden screen on zeit im geekbench 3 test auf 40 prozent helligkeit schnitt das home tomate 17 hier recht gut ab auch im tag kann die laufzeit überzeugen und reicht je nach nutzungsintensität locker für einen tag und bis zu drei tage bei sparsamerer nutzung das aufladen der 3000 milliampere stunden zelle nimmt drei stunden mit dem originalen netzteil in anspruch verwendet man ein stärkeres 2 ampere netzteil reduziert sich die ladezeit auf zwei stunden das abschließende fazit home tom hätte mit dem hatte 17 ein äußerst gutes ja vielleicht sogar das beste logo smartphone auf den markt bringen können leider wurde das gerät aber wie eingangs schon erwähnt opfer des prozessors der mt6737 ist aktuell nicht wirklich zu empfehlen die softwarebasis die mediatek an die hersteller ausliefert taugt offenbar gar nichts und zieht die performance so dermaßen in den keller dass das smartphone im alltag einfach keinen spaß macht und das ist schade denn generell wäre die kiste für 60 taler echt ein feines stück hardware gewesen das war es dann soweit von unserer seite wenn noch fragen offen sind dann stellt diese doch einfach unten in den kommentaren weitere infos und den link zum shop findet in der video beschreibung wenn euch das gefällt was wir hier bei sie machen dann besucht uns doch mal auf www.china mobile mac.de und folgt uns hier auf youtube vielen dank fürs zusehen macht's gut und bis bald